Herzlich Willkommen Leute zu einer Runde Rainbow Six Siege mit dem Sachsen-Let's-Player Kundran, Alex und natürlich Early Boy. Ach, bist du verweckt? Jetzt haben die Leute wieder alle abgeschaltet. Wem nehme ich? Den Tetscher oder den Futscher? Echt? Auf der Map? Ich hätte Fuse gesagt. Ja, und wenn er die Wand nach außen verstärkt, wie soll Capuzza die Dingens hinlegen in der Zweifelkabel? Ach, das wird nichts. Das kann der nicht. Nein, wir hätten verloren, wenn er Thatcher hat, weil wir dann keine Fuse-Ladung hätten und Thatcher auch nichts kaputt macht. Keine Taktik hier. Ja, die Taktik. Der Capuzza hat doch Skill, der schafft das nicht. Ja, das ist richtig. Schon mal kaputt, sonst ist immer noch sein Nokia vorne in der Weste drin. Ach. Der hat nicht mal ein Smartphone. Ja, was ist denn da los? Ich kann jetzt eh nicht spielen, es ist alles nass hier. Aha. Was hast du denn gemacht? Was hast du denn gemacht? Was hast du denn geil drauf, oder? Wir haben mit 2 km wieder gejoggt, bei 40 Grad gefühlt gerade bei uns. Ey, du hast gejoggt? Ja. Das schockt. Sonst wäre ich 20 km wiedergekommen. Nicht freiwillig. Achso. War knapp. Nicht freiwillig. Okay, okay. Nicht freiwillig. Was ist denn die auch gefahren? Wir sind für die Fans gejoggt, ja. Hast du aber hier nicht gesagt, dass du dich verspätest, ne? Keine Abmeldungen bekommen. Doch, bei Capuzza. Ja, bei Capuzza war selber zu spät. Ja, deine Nummer habe ich dann nicht. Du kannst dich doch nicht bei dem abmelden, der in die Brücke ist. Du kannst doch Twitter schreiben. Was? Ich habe ein kleines Schläfchen gehalten, ne? Hast du heute schon zweimal? Ja, eben, weil ich habe nicht viel geschlafen. Du, Capuzza und ich wollten heute morgen aufnehmen. Ja, wann denn? Ja, in einer Stunde. Ja, dann schlafe ich nochmal. Ja, ja, weil ich habe nicht viel. Ich habe nur so vier Stunden geschlafen, weil ich habe eine Mücke. Wegen einer Mücke. Wegen mehreren Mücken. Mit dir. Ich habe ein bisschen Angst hier oben immer. Dann ein bisschen wach werden. Warte, warte. Was war das? Versuch mal hier einmal. Einfach unter dir. Einfach unter dir an die Wand. Vielleicht ist einer da drin. Ist ein guter Raum. Könnte sein. Da und rechts. Unter der gleichen Linie rechts. Geht's nicht. Vor mir liegt auch einer. Drei Mann. Dann bringen sie hier an. Wachst du nicht bewegen. Oben ist auf. Oben ist auf, Leute. Oh ja. Wachst du nicht. Wachst du nicht. Da. Da. Okay, ich gebe da mal rein. Muss auf eine andere Taste legen. Ja. Du hast die mittlere Maus. Vorsichtig vier. Die mittlere Maus. Das ist echt im Arsch bei mir. Geht nochmal an. Den oben habe ich. Okay, Refrag. Komm. Alles drin. Von mir liegt direkt einer Rest. Doc. Immer noch drei Mann im Raum. Mindestens. Kann doch nicht für die. Conan, du hast gehört, was sind oben, ja? Ja, ich habe den oben. Also kann natürlich sein, dass es noch mehr sind, aber. Den einen habe ich oben. Zwei, genau. Ah, fuck. Äh, Alex, du kennst dich hier noch ein bisschen besser aus. Gibt's hier einen Dropper? Äh, in den Raum, wo die jetzt drin sind? Äh, ja. Da. Genau vor mir. Linke Seite. Warte, wo bist du? Ich bin genau über den. Ja, dann links. Da. Das ist der kleine Raum. Den kennst du, oder? Da unten. Ja. Genau. Und weiter in dem Raum, rechts Raum, gibt's auch noch einen Dropper. Ja, gut. Hat viel zu lange gedauert, wenn's jetzt. Oh, ich bin gar nicht ready für Rainbow. Mein Aiming ist momentan und ich die auf MOBA. Also nicht existent. Doch, mein Aiming ist auf MOBA. Okay. Findestens treu mal im Raum. Ja, das wird nicht leicht. Ah, ich habe nicht gesehen, dass Jägerdinge... Ach, da ist sogar die Wand offen nach draußen. In die Richtung habe ich... Ja, ja, genau hinter mir, wo ich gestorben bin, war die Wand auf. Na, die wären gierig, Kunnen dran. Die kriegst du noch. Wird das schon. Hat Kunna mich erschossen? Nein, oder? Ist jetzt was auf Taste 4, Dallung? Keine Ahnung, glaub ich. Dallung, niemals gedrückt. Ich glaub, Granate ist drauf. Echt? Nails auf G. Ja, da kannst du aber auch ausgehen. Das heißt nicht Call of Duty mit den Double Nails? Einer auf 4, einer auf G. Genau, es geht hier auch. Weiß nicht, bin ich mir nicht sicher. Schwer zu erkennen. Ah, der geht immer weg, deswegen erkennt man ihn nicht. Hängt da ein Brasilien-Trikot? Und sonst in Neumannschaft geknallt. Ah, Mann, Mann, Mann. Ja, da war ja offensichtlich, dass ich da runter droppe. Rechts die Tür auf, ne? Ja. Ja, die hab ich aufgemacht. Ah. Ja. Haben wir noch ne Drohne drin? Ne, ne, wir haben nix. Niente! Kapkan, ne. Wieder Kapkan, noch Frost. Die haben bestimmt noch Kameras. Du hast bestimmt schon gesehen. Selbst wenn du jetzt ne Kamera siehst und die kaputt schießen würdest, wird das nix mehr bringen. Mach auf, schieß auf. Da hin! Da hin! Ah! Wartet da einer in der Ecke, ey. Oh, wow! Ich glaub, ich hab in Rainbow Six noch nie einen Ace gemacht von daher. Aber jetzt! Hätte er eins sein können, ist was? Hätte ich die Runde gewonnen, wär's eins gewesen, ja. Ja. Das beste Ace, was ich in Rainbow Six hatte, war vier Leute gemessert. Was ist das für ein Ace? Ja, und einen erschossen. Aber vier Leute gemessert. Das war das geilste. Ja, bestimmt im goldenen Lama. Das war auf der 4-Hater-Map und die sind alle unten durch die Garage gegangen und waren halt alle richtig konzentriert im Gunfight und ich bin durch den Dropper hinterher gesprungen. Also durch da, wo die Leiter ist. Und die stand halt alle nebeneinander. Hätte ich einen Katana gehabt, hätte ich alle mit einem Schlag abstechen können. Hier, dein Fortnite-Charakter, wär einfach durchgecharged. Solche Skills brauchen Shooter mal. Wir müssen nochmal wieder Fortnite ausnehmen die nächsten Tage. Ich hab wieder Bock. Ich hab noch wenig Folgen im Vorlauf. Ja, aber ich will jetzt halt einfach spielen. Ja, ich auch. Jetzt bin ich immer voll traurig, wenn wir aufhören. Machst du hier oben zu, Dalu? Äh, den Dropper? Ja, den da. Wurde drauf? Genau. Haben wir eine Drohne? Da ist noch ne Drohne. Da ist noch ne Drohne. Ah Mist. Bei dir ist die oben Dalu. Die ist bei mir oben. Die Twitch Drohne. Einer, Kapuze, was schlabberst du da eigentlich immer? Ich hör nur das. Ja, mega laut immer. Mein Gaumen hat gerade gejuckt. Einer muss noch Valkyre spielen. Lass das mal Kapuze, Alter. Super unangenehmes Geräusch, ey. Hier, ich mach's nicht mit Absicht. Warte mal, ich mach hier zu. Machst du F*** rein rein? Mein Gaumen hat gejuckt. Der Kapuze ist wieder voll on file. Dein Gaumen hat gejuckt. Ja. Das hab ich auch noch nicht gehört. Das ist voll auf von mir. Das hab ich auch manchmal. Das ist ein Anzeichen für... Wenn man Google fragt, wahrscheinlich irgendwas böses. Wenn du Google fragst, hast du sowieso Krebs und Tumor und... Das stimmt. Könnte ich denn da machen? Hier, mega aufwirst. Hast du mal... Soll ich mir ein Schild oder so? Irgendwie? Keine Ahnung. Okay. So. Oh, Achtung. Ne. Den Ingenieur hat's erwischt. Bleib. Vorbei. Ja. Ich muss mich ja kurz da anders gesetzen. Uh. What the f***ing Twitch time! Äh. Los. Oh shit. Ja. Euch ist alles in Ordnung oder? Er ist unter mir an der Wand, also hier. Was für IQ auf. Ich hab gleich ne Frage. Das muss eigentlich recht sein, sagst du glaube ich. Ja. 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 Wenn wir übers Schild drüber gehen, dann ist glaube ich nur eine Falle, wenn die nicht kaputt ist. Einer ist nach draußen. Vor der Tür rechts, glaube ich. Vor der Tür rechts sagst du, Alex? Ja. Einer ist oben bei mir. Gab ihn. Nice. Stalle wo? Hier oben. Bei den Treppe oben? Hab ich. Okay, sehr gut. Der Twitch fehlt noch. Oh! Oh danke, sacks. Ich dachte auf mich hatte geschossen. Oh! Ich bin's gewohnt eigentlich. Wieso denkst du mich? Ist sie draußen? Sind das wirklich Steps? Oder ist das Feuerwerk? Ja, einfach nach rechts da weg. Achso, ja. Langgucken. Okay, okay, okay. Ich werde gleich sterben. Die wird bei mir sein. Ich hör sie. Denkst du die Treppen um? Ah, okay. Es ist so schwer zu deuten, wegen dem Feuerwerk. Ja, Treppe runter. Ich schiele auf die Treppe. Die kommt da eh nicht runter. Draußen oder drinnen? Drinnen. Oh, für die habe ich einen Assisten gekickt. Oh mein Gott. Ich habe für die einen Assisten gekickt. Wehe, ich kriege ein Bann dafür. Geh mal. Wehe, ich kriege ein Bann dafür. Die hat er 1 HP. Was kann IQ alles durch die Wand sehen an Spieler-Gadgets? Never. Alles elektronische plus die Bombe. Also was kann sie an Spieler, also was ein Spieler bei sich trägt sehen? Ich bin mir ziemlich sicher, sie kann Dracal durch die Wand sehen, aber das weiß ich nicht. Geht das überhaupt in unserem selben Team? Ja, das geht nicht. Aber würde es vielleicht trotzdem gehen, ich weiß es nicht. Weil, also Capuzzo stand eben als Dog neben mir, da würde ich sagen, der hat eigentlich nichts. Ich bin Dog. Und Puls vielleicht? Äh, du standst als Dog neben mir. Also ich meine, Dog stand neben mir. Ich hatte, ich war als Frost drin, Falle dürfte sie auch nicht sehen. Und sie hat durch die Wand einfach exakt auf meinen Kopf geschossen, mit einem Schuss. Kann es vielleicht sein, dass hinter dir, diagonal, zufällig genau auf der Kopfhöhre, noch eine Kamera war oder ein Jägerding, das ist einfach, dass sie es kaputt machen wollte und du dann verstanden es. Kann, kann natürlich sein, will ich nicht ausschließen. Das darfst du halt wirklich nicht ausschließen, das sind so one of the lifetime moments. Nee, nee, ausstehen will ich das nicht, aber das war schon, also das war halt aus meiner Sicht einfach komisch. Weil du siehst. Ich habe heute ein PUBG Video gesehen, wo einer bei einem Berg gesprungen ist, drei Backflips mit dem Motorrad gemacht hat und auf dem Spieler gelandet ist. So, wie oft passiert das? Hat der überlebt? Der Spieler auf dem Motorrad hat überlebt, der Spieler ist gekehlt worden. Leute, das ist schon geil. So, wie oft passiert das? Einmal im Leben. Ja, ja, es kann natürlich Zufall sein. Der andere war ja tot danach. Ja, aber du kannst ja trotzdem öfter machen. Kannst ja dann töten mit dem selben Stunt. Die sind wieder da unten. Wie gesagt, kann absoluter Zufall einfach gewesen sein. Es sah halt einfach in der K-Camp komisch aus. Also sie guckt halt durch ihr Device und dann kurz danach schießt sie. Ich habe gesagt, Alex ist entschieden. Hätte ich auch gesagt. Ja, ja, das war auch... Also da musst du... Wenn Ubisoft sowas sehen kann, du durchaus einen zum Band kriegst. Ach, Quatsch. Das war halt wirklich... Doch, 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 doch. Ich wusste ja nicht mal, wo der Gegner war. Ja, dann wäre ein Counter-Strike, würde es keinen Global-Spieler geben. Ja, dafür gibt es ja Overwatch. Außer das... Äh, Dings... Das war ja vollkommen random gerade. Das war nicht random. Nee, war es ja nicht. Du wusstest, dass sie die Treppe hochrennt. Ich wusste nur, dass er Treppe war. Ich wusste nicht, ob er hochgerannt ist. Ja, aber wenn die das Ganze sehen, sehen die, dass ich unten Gift geworfen habe und deswegen musste sie hochrennen. Haben wir eben Sporn? Das war halt auch ein Headshot, ne? Headshot, vor allem hat da... Wurde es nicht angesagt, dass... Ich habe es auch... Ja, ich habe... Ich wollte gerade sagen, Dalo hat es ganz gesagt, dass sie auf der Treppe ist. Er rennt nach oben, aber das war halt übelst lange danach. Ja, da... Wie gesagt, ganz... Äh, die da, wo wir davor waren, wo wir waren. Unten. Wollen wir doch durchs Haus gehen, sagst du? Unten. Das heißt, ich kann ja hier lang, oder? Ja, oben ist auf jeden Fall wieder einer. Wo es von ausgehen. Irgendwas aufgegangen, oder wie geht ihr das? Bei mir. Das war um Sachse gerade. De Faxen Gaming, Mist. Macht Sachen auf. Okay. Sagst du, wo? Ich sag, der Dropper hier ist doch. Ah, okay, das habe ich nicht verstanden. Wo, sagst du? Ich habe es halt einfach nicht verstanden. Ja, ich will es auch wissen. Ich habe es nicht verstanden. Also hier, äh, über der, äh, unter und runter aus dieses kömmische Labor. Ich habe einen durch die Wand ge... Ich habe so viel dazu, Alex. Ich habe einfach gedacht, komm, in der Ecke steht doch manchmal einer. Und der erste Schuss, öh, und dann Headshot. Oh, oh, jetzt wird er aufgehängt. Oh, oh, jetzt wird er aufgehängt. Wieder. Das passt auch. Das war, das war der da hinten, oder? Ne, der war im Raum. Das ist ein, das ist ein Sachse vor, Kapuze. Okay, das war der im Raum. Ich bin halt schon wild, weil dadurch wieder alles hoch ist. Das ist kein Hostage, ne? Ah, rechts, rechts, rechts. Kein Hostage. Der liegt da, kommt vor mir. D4. Ist da und er kann es nicht zünden. Ja, hab ihn gesehen, ich hab ihn gesehen, der ist hinter dem Regal hier. Den, oh, shit. Wow, voll die gute Runde, erst mit dem Sachsen auf den Rücken hauen mit dem Hammer. Oh, shit, das ist die Cheater-Folge hoch 10 heute hier. Ja, das ist einfach strahlend, das ist die Cheater-Folge hoch 10. Ich habe auch zwei durch die Wand geholt, die Runde, die konnten gar nicht zurückschießen, weil die keinen gesehen haben. Oh, ne, boys, ein Fizzlesimmer, Alter. Reportet, schreibt er, ihr geht's ab. Einer ist schon geliebt, der hat da kein Bock. Ach, sie haben da keinen Bock mehr drauf. Das war eine gute Runde, mehr nicht, dann soll sich jetzt mal nicht so anstellen. Soll er nicht in der Ecke stehen. Fuck off wieder. Oh, ich bin traurig. Oh, ne. Aber der The Grey Foxhound, der zieht das durch. Nur Pistole? Ach, die Folge war so oder so lustig. Okay. Den machen wir einfach hier, vielleicht geht er ja auch. Ne, ich glaube nicht, das sieht so aus, als ob er gerade ein bisschen angepisst ist. Nein, von seinem schlechten Team, meinst du? Weil die einfach liefen, obwohl die uns in der ersten Runde so fertig gemacht haben. Ja, wir haben halt den Dings angemacht hier. Den... Oh Gott, ich kenn die ganzen Counter-Strike-Wirriffe gar nicht mehr. X22. Ne, ne. Die... Wie nennt man das? ABS, oder? ABS nennt man das, wenn man zu spät da ist. Radar-Hack. Du verlierst die ersten paar Runden, gehst vom Server, kommst wieder und bist richtig du. Was? Macht vollkommen Sinn. Und habt ihr den ein armen Mann gesehen? Ja! Wo, wo, wo? Im Westen. Äh, Osten, sorry. Ich hab's versucht. Mit Gas raus, er ist oben auf dem Dach. Loll. Loll. Ich bin einmal mit Gas rausgestürmt. Da überall Gas. Ne, ein Fenster ist noch zu. Oh, er kam nicht mehr rein. Er kam nicht rein. Und damit hab ich gewonnen mit dem Kill. Schlecht, Alex. Schlech. Schlech. Und hier der geile Helm. Jetzt sieht man ihn auch. Nice. Eine wunderschöne Folge. Rainbow ist vorbei, Leute. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Selbst der Kapuze hat hier richtig mitgespielt. Das Like, dann schreibt einem vorbei. Bis dann, macht's gut. Tschau. Tschüss. でadas. Serv治erin sagt moline veut. Und hier ist letztendlich der Kapuze. So nachdemросst. Istável die erste Mal.